Musik Heute öffnet sich das Türchen für die fantastische Schmetterlingswelt Amazoniens. Musik Wie wenige wissen, lebt der eigentliche Schmetterling nur ganz wenige Tage. Es ist eigentlich die Raupe, die ziemlich lange leben kann. Und die Schmetterlinge sind eine der wichtigsten Tierarten hier im Dschungel, weil sie ganz, ganz viele Pflanzen und vor allem Bäume bestäuben. Musik 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 Musik